Herzlich willkommen zu Urknallwälderl und das Leben. Können wir die Welt verstehen? Können wir sie vielleicht beschreiben in Form einer Gleichung, einer Formel, die es uns erlaubt, alle Werte zu berechnen, die wir jemals in Experimenten ermittelt haben, alle empirischen Daten, die wir in Form von Fragen an die Natur ermittelt haben? Diese sogenannte Weltformel, ja, die gibt es. Und wir haben genügend Wissen um die Dinge im Detail zusammengetragen, dass wir sie heute anschreiben können. Der Begriff Weltformel, der geht zurück auf einen deutschen Physiologen, Émile de Bois-Raymond. 1872 hat der in einer Rede diesen Ausdruck geprägt. Aber die Geschichte ist natürlich schon viel älter. Wie immer fast müsste man wieder bei den Griechen beginnen. Aber so richtig naturwissenschaftlich fundiert ging es dann los, 1820 etwa mit Oerstedt, Christian Oerstedt, der sich schon mal Gedanken gemacht hatte, wie könnte man denn elektrische und magnetische Phänomene irgendwie unter einen Hut bringen. Weil offensichtlich führt eine Beschreibung dieser Welt mit ihren unterschiedlichen Kräften, die man vielseitig beobachtet hatte, erst mal darüber, erst mal diese Kräfte zu vereinen. Tatsächlich ist es ja dann im Falle von dem Elektromagnetismus dann gelungen. 1865 hatte dann James Clerk Maxwell seine bekannten Gleichungen angeschrieben, erfolgreich hier diese Phänomene unter einen Hut gebracht. Dann ging es auch in der Mechanik vorwärts. Man konnte viele bis dato auftretende Kräfte plötzlich als Wechselwirkungen von Ladungen, von Elektronen deuten, also alles, was diese Kontaktkräfte ausmacht, was mit Reibung zu tun hat bei Festkörpern oder mit Viskositäten, bei Fluiden, Atesion, Kohäsion, diese Kontaktgeschichten. Also eine ganze Reihe von vielfältigen Phänomenen konnte man jetzt plötzlich durch Wechselwirkung von Atomen beschreiben. Auch die Elastizität, diese Module, die man da aufstellen konnte, auch Kraft pro Fläche in Form des Drucks konnte dann immer eleganter beschrieben werden. Also das Ganze hat sich konkretisiert, wurde eleganter, nennen wir es so. Und wir brauchen natürlich eine gewisse Mächtigkeit, eine Eleganz in der Beschreibung, wenn es auf eine große Formel dann zulaufen soll. Im Jahr 1900 legte dann David Hilbert seine berühmte Liste der mathematischen Probleme vor, die es zu lösen gilt. Und Nummer 6 darauf war eine axiomatische Grundlage zu bilden für die gesamte Beschreibung der Physik. Nur eine andere Bezeichnung für das, was dann Weltformel sein sollte. Oder im Englischen die Theorie von allem, the theory of everything. Einstein kam um die Ecke, das war natürlich ein großes 1915, ein großes Werk, die allgemeine Relativitätstheorie, die Feldgleichungen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann kam schon ein weiterer deutscher, Theodor Kalutzer, Mathematiker, Physiker, der hatte es tatsächlich geschafft, die Feldgleichungen der ART und die Maxwell-Gleichungen zueinander zu führen. Allerdings musste er einen kleinen Preis dafür bezahlen. Er brauchte einen weiteren Freiheitsgrad, in dem er sich da bewegen konnte. Er wollte dieses Konzept von Einstein, die Dinge über Krümmungen und solche Sachen zu beschreiben, diesen geometrischen Ansatz übertragen, auf Maxwell. Und konnte tatsächlich auch die Maxwell-Gleichungen mit einer Krümmung beschreiben, in einer weiteren Raumdimension, die er dafür eingeführt hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das gehen? Weil, wenn ich so unseren Raum betrachte und sie das mal bei sich zu Hause tun, dann werden wir alle feststellen, hey, das sind drei ausgeprägte Raumdimensionen und nicht vier. Die vierte Dimension kann man elegant in der speziellen Relativitätstheorie dann in Form der Zeit einführen, haben wir alles gemacht. Aber Raumdimensionen, okay, wie soll das gehen? Und da kam dann ein Schwede zu Hilfe, Oskar Klein. Und der meinte, okay, lieber Kalutzer, das ist halb so wild. Wir denken uns an jeden Punkt in der Raumzeit, oder machen wir es uns nicht schwerer, als es sein muss, an jedem Punkt im Raum, einfach eine winzig kleine zusätzliche Dimension, die in einer bestimmten Form dort aufgerollt ist, oder kompaktifiziert, wie man das heute nennt. Ich zeichne mal ein Bild dazu. Das ist die Grundidee. Also in diesem Gitter hätten wir jetzt an jedem Punkt, das Gitter wäre natürlich unendlich dicht in Wahrheit, aber es zeichnet sich so schlecht unendlich dicht. Also Sie sehen hier an den Gitterpunkten, das wären Punkte in der Raumzeit, jeweils eine zusätzliche Dimension in Form eines Kreises. Eine zusätzliche Länge, aufgerollt, kompaktifiziert. In einer Kleinheit, sodass sie uns in unserem alltäglichen Leben oder in unseren konkreten Experimenten nie irgendwo unter die Augen getreten ist. Das war eine frühe Form dessen, worauf wir noch raus wollen, wenn wir dann uns in die Stringtheorie hineinbegeben. Deshalb möchte ich es an dieser Stelle hier schon mal so ein bisschen anklingen lassen, obschon dann diese Kalutzer-Kleintheorie relativ schnell in den Papierkorb verschwunden ist, weil es kamen dann diese Quantisierungsideen auf und diese Theorie, die war nicht quantisierbar. Das ist ja das große Problem dieser geometrischen Deutungen generell und damit ist die sehr schnell wieder verschwunden. Später hat man dann ja auch die Kernkräfte, die schwache und die starke Kernkraft, auf den Plan gerufen. Also all das wäre hier nicht mehr kompatibel gewesen. Aber, wie soll ich sagen, der Geist war aus der Flasche gewissermaßen. Also diese Leichtigkeit im Umgang mit zusätzlichen Dimensionen war geboren. Man müsste die ja nur irgendwie kompaktifiziert, möglichst klein, an allen Punkten, überall natürlich in der Raumzeit. An jedem einzelnen Punkt der Raumzeit müsste eine solche Schleife zusätzlich sein. Dann hätten wir eine Dimension zusätzlich. Ja, und dann ist die Idee schon relativ einfach. Wenn Sie mehr Dimensionen brauchen, zum Beispiel zwei, dann müssen Sie halt keine Schleife nehmen, sondern zum Beispiel eine Kugeloberfläche oder irgend sowas. Aber das machen wir dann im Detail ein andermal. Hier war schon mal der Versuch unternommen worden, die allgemeine Relativitätstheorie, die Elektrizität und den Magnetismus unter den Hut zu bringen. Und so schreitete das voran. Dann Glasschau, Salem und Weinberg, da sind wir ja detailliert in einem eigenen Video drauf eingegangen. Denen ist es dann sogar gelungen, die später hinzugekommene schwache Kraft, die schwache Kernkraft mit dem Elektromagnetismus zu vereinen, in Form dieser elektroschwachen Kraft. Die Beschreibung wurde mächtiger und eleganter. Und letztendlich kam dann der große Durchbruch in Form der relativistischen Quantenfeldtheorie. Da haben wir ja jetzt wirklich schon ein Dutzend Videos dazu gemacht. Da habe ich Sie schon so tief reingezogen in die Materie. Da ist es schon sehr einfach für Sie jetzt, diese Mächtigkeit zu übertragen auf beliebige Potenziale. Wir haben ja gesehen, dass wir beispielsweise dem Licht irgendein Potenzial in den Weg stellen können. Ich erinnere an die Sammellinse, die wir uns da mal in Form der Quantenelektrodynamik veranschaulicht haben. Und dann können wir die Optik beispielsweise jetzt in Form dieser Quantenelektrodynamik beschreiben. Hätten wir ein anderes Potenzial in den Weg gestellt, hätten wir was anderes beschreiben können. Es ist eine enorme Mächtigkeit verbunden mit diesem Formalismus. Dieser Tatsache, dass wir immer eine Wirkung betrachten, die letztendlich nur ein Integral ist über irgendeine Lagrange-Geschichte. Und dann haben wir die Lagrange-Dichte oder die Lagrange-Funktion einfach nur zu bestücken mit diesen Potenzialen, die jetzt beliebig geartet sein können. Da sind wir nicht begrenzt auf Elektromagnetismus oder was auch immer. Und dann nehmen wir dieses Pfadintegral, diesen Formalismus, und schauen uns an, wie ist die Amplitude, dass wir von einem Punkt in der Raumzeit zu einem anderen kommen, wenn zwischendurch beliebige Dinge passieren können, die wir in Form dieser Potenziale beschreiben. Damit können Sie von einem beliebigen Punkt in der Raumzeit zu irgendeinem anderen beliebigen Punkt in der Raumzeit so ein Teilchen propagieren lassen. Also irgendwie, das macht hier diesen Hindernisparcours durch Ihre ganzen Potenziale. Das ist die Idee. Das Ganze garnieren wir mit ein paar Symmetriebrüchen. Kein Problem, wir nehmen Austauschteilchen, die Masse behaftet sind und vermitteln diese Masse über ein Higgs-Feld. Das bringt diesen Symmetriebruch mit ins Spiel. Das Ganze überbauen wir dann zu einem Konzept, das wir Standardmodell nennen. Und jetzt müssen wir uns nur noch um die Gravitation mühen, weil im Standardmodell waren ja nur diese fundamentalen drei Kräfte, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft vereint. Das Konzept ist wie gehabt. Wir interessieren uns wieder für eine Amplitude, dass wir an einem Punkt der Raumzeit starten, also an einem Hier und Jetzt. Dann kommt irgendetwas, was wir da aufbauen, was wir betrachten wollen, ein Experiment oder ein Phänomen oder was auch immer, das aus bestimmten Potenzialen zusammengesetzt wird. Und dann später werden wir an einem anderen Punkt der Raumzeit dort und später landen. Und die Art und Weise, wie wir da hingelangen, beschreiben wir wieder über diese Feldtheorien. Also wir bauen eine Amplitude, die wir gewinnen über alle möglichen Feldkonfigurationen. haben wir ja detailliert gemacht. Also, auf geht's. Die Amplitude zeichnen wir wieder mit A. Und das ist nichts anderes als ein Integral, die Normierungen, das haben wir uns immer alles geschenkt. Wir halten hier den Blick aufs Wesentliche. und da hatten wir so ein E hoch I durch H quer mit einer Wirkung und das Ganze integriert über alle möglichen Feldkonfigurationen phi. Und jetzt gilt es einfach nur, diese Wirkung geeignet aufzustellen. Das war's im Endeffekt. Und wir nehmen wieder die Felder, die wir schon hatten. Fürs Standardmodell hatte ich ja schon eine Lagrange-Dichte, also letztendlich dann ja auch eine Wirkung mal gezeigt. Sie erinnern sich an diese Geschichte. Es macht mehr als eine Seite im Buch nur diese diese Lagrange-Dichte. Also es ist ein ausladender Term. Aber wir können ihn hinschreiben. Und jetzt müssen wir nur noch die Gravitation mit reinbringen. Die Gravitation, die beschrieben wird, auch durch eine Feldtheorie. Der einzige Unterschied liegt darin, dass dieses Feld, das wir jetzt verwenden, um die gravitative Wechselwirkung zu beschreiben, also die allgemeine Relativitätstheorie, dass dieses Feld die Raumzeit selbst ist. Ich schreibe uns das hier einfach mal an. Die Wirkung, die wir jetzt hier oben einsetzen, das muss natürlich eine Zahl ergeben. eine reelle Zahl. Das heißt also, immer dann, wenn wir jetzt Tensoren einführen, das wäre jetzt hier zum Beispiel der Elektromagnetismus, dann müssen wir aufpassen, wenn wir also so einen Tensor mit µ, µ einführen, dann müssen wir auch den entsprechenden Tensor, also einen Kovarianten- und einen Kontravarianten-Tensor jeweils anschreiben, damit wieder eine Zahl daraus wird. Deshalb kommen diese komischen Konstruktionen hier zustande. Also ich denke, die erste Zeile ist relativ einfach, das hätten Sie vermutlich noch selber hingekriegt. Das ist hier einfach nur Elektromagnetismus, jeweils mit einem Tensor. Also das ist hier die starke Kernkraft. Vorsicht, die bezeichnet man gerne mit G, hat also nichts mit Gravitation zu tun. Die Gravitation kommt hier vorne mit ins Spiel. Das ist jetzt ein Skalar. Deshalb müssen wir jetzt hier nicht irgendwie Kovariant und Kontravariant argumentieren. Also wir kriegen hier einen Skalar. Hier haben wir den Elektromagnetismus. Hier haben wir die starke Kernkraft und hier haben wir die schwache Kernkraft. Wir stellen einfach nur für diese unterschiedlichen Richtungen, nehmen wir uns jeweils einen Tensor, da beschreiben wir diese ganzen Raumdimensionen, diese ganzen Punkte und tragen hier alle Dinge ein, die wir hier als Wirkung brauchen. Das ist einfach nur Buchhäutung. Wir definieren uns diesen Hindernisparcours und nehmen eben an jedem Punkt genau diese Betrachtungen vor. Das ist die Wirkung, die sich da ergibt. Diese Wirkung setzen wir hier oben ein. Vermöge dieser Wirkung rechnen wir uns dann diese Amplitude aus, dass wir von hier und jetzt nach da und später über alle möglichen Feldkonfigurationen kommen. Das war's. Jetzt haben wir natürlich nicht nur diese Kräfte, die hier eine Rolle spielen, also diese erste Zeile. Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft, sondern da kreucht und fleucht ja noch irgendwas. Das sind zum Beispiel Austauschteilchen, die wechselwirken mit Fermionen. Das ist dieser Bereich hier. Hier beschreiben wir also die Fermionen, das heißt, die Felder Psi-I stehen für Quarks, Elektronen, Neutrinos und deren Antiteilchen. Die Interaktion mit den Austauschteilchen steckt in der sogenannten Kovariantenableitung. Das ist dieser Term Gamma-Mü-Di-Mü. Und die Kopplung der Bosonen ans Higgs-Feld. Das ist hier. Hier erhalten W- und Z-Bosonen ihre Masse. Ah ja, mit diesem... Wir nutzen natürlich wieder diese Notation, dass über gleichnamige Indizes summiert wird. Das hatten wir ja in der allgemeinen Relativitätstheorie schon gemacht, diese einsteinische Summenkonvention. Zum ersten Mal haben wir das gemacht bei Gleichung 6.11. Können Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen, wenn das jetzt fremd sein sollte. Ansonsten hätten wir jetzt hier noch eine Doppelsumme und hier noch eine... Also über alle Indizes hätten wir jeweils Summen. Hier wäre noch eine Summe über diese ganzen Indizes. Dann wird es irgendwann ein bisschen groß. Also diese Summenkonvention, die ist hier schon sehr nützlich, insbesondere wenn es auf einer kleinen Tafel Platz haben soll. Ich habe auch diese Vorfaktoren alle weggelassen. Also da sind natürlich noch Zahlenwerte, die spielen aber keine Rolle, weil es geht ja jetzt um das prinzipielle Verständnis, wie man sowas aufbaut. Ich glaube hier wäre bei dem Elektromagnetismus noch so ein Vorfaktor mit einem Viertel. Und also man müsste das noch ein bisschen verzieren mit Zahlen und so in Geschichten. Aber Wechselwirkungen, Fermionen, die Kopplung der Bosonen ans Higgsfeld, das ist das Higgsfeld selbst, beziehungsweise das Potenzial des Higgsfeldes, besser gesagt. Und dann haben wir natürlich hier noch Masse, die es zu berücksichtigen gilt. Die hier kreucht und leucht. Das ist dieser Bereich hier. Die Kopplung der Materie an das Higgsfeld. Hier erhalten die Fermionen ihre Masse. Das ist noch aufzuintegrieren über die Raumzeit. Das heißt über D4x, was nichts anderes ist als über alle drei Raumdimensionen plus die vierte Dimension, die Zeitdimension. Das gibt uns die Wirkung. Wirkung setzen wir oben ein, kriegen wir die Amplitude, egal was Sie aufbauen auf diesem Planeten, was auch immer Ihnen gemein ist, in Form von irgendwelchen Potenzialen oder Kräften aus diesen vier Wechselwirkungen einfällt. Hier steht es, hier ist es eingesetzt und das war es. Die Amplituden können Sie wieder quadrieren und machen und tun. Das können Sie mittlerweile besser als ich wahrscheinlich. Das ist die Weltformel. Das ist die eine Formel. Sie müssen jetzt hier nur noch das S hier oben reinschreiben. Im Buch habe ich tatsächlich nur eine Formel hingeschrieben. Hier an der Tafel ist es praktischer, die auseinanderzuziehen, aber Sie müssen ja nur diesen Term hier oben reinschreiben. Das ist das was. Mehr ist es nicht. Ein paar Wechselwirkungen, ein paar Bosonen, die koppeln an irgendein Feld und das Feld selber spielt eine Rolle. Ein paar Fermionen, die koppeln an ein Feld und von hier nach da in der Raumzeit. Die relativistische Quantenfeldtheorie, die stellt uns ein dermaßen mächtiges Werkzeug an die Hand, dass es ein leichtes ist, eine Weltformel anzuschreiben. Nur die Tücke, die Tücke liegt darin, sie jetzt für ein konkretes Problem auch auszurechnen. Wirklich eine Amplitude zu kreieren, die dann zu quadrieren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, dass es von hier und jetzt noch da und später tatsächlich gehen wird für so ein Teilchen in der Raumzeit. Sollten wir hier noch dunkle Materie brauchen übrigens und Gesetz in Fall, die lässt sich auch als ein Teilchen beschreiben, dann geht es hier analog elegant. Das ist kein Problem. Wenn wir eine zusätzliche Wechselwirkung brauchen sollten, dann führen wir die oben mit ein. Das ist alles kein Problem. Also streng genommen hätten wir jetzt, so wie es bislang dasteht, keine dunkle Materie und keine dunkle Energie in unserer Weltformel. Aber Sie haben längst verstanden, wie Sie die ganz einfach integrieren hier letztendlich. Nochmal, das ist jetzt, denke ich, sehr wichtig für das Gesamtverständnis, weil das steht so oft in der Literatur, die Naturwissenschaft sucht nach der Weltformel und das zeugt nicht von großem Verständnis. Letztendlich ist es leicht, die hinzuschreiben. Es fehlt an dem Schlüssel, sie auszurechnen. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, als alte Hasen der theoretischen Physik haben Sie längst den Gedanken im Hinterkopf, es ist schwierig, lass uns linearisieren. Ja. Problem. Allein hier schon mal die starke Wechselwirkung haben wir schon gesehen, Kopplungskonstante ist viel zu groß für eine sinnvolle Linearisierung. Das wäre noch okay, zu linearisieren. Hier beißen wir uns die Zähne aus. Hier haben wir ein 137. Wenn wir das quadrieren, hoch 3, hoch 4, hoch 5, wird das sehr, sehr schnell klein. Das heißt, alle Terme, die so einen Vorfaktor haben, in einer Reihenentwicklung, in einer Tailor-Entwicklung, wenn wir die alle weglassen wollen, weil wir linearisieren und nur die führenden Terme mitnehmen, ja gut, dann hier ist alles gut, hier nein, da hilft alles nichts. Zumindest konnten wir im Standardmodell uns insofern helfen, dass wir diese ganzen Unendlichkeiten, die wir uns eingeschleppt haben, durch diese Betrachtungen mit diesen unendlich vielen Feldern, Feldkonfigurationen und unendlich vielen Wegen über unendlich viele Raumzeitpunkte, dass wir diese Unendlichkeiten wenigstens galant vor die Türe bitten konnten, indem wir einfach das Vakuum neu renormiert hatten. Ich erinnere an diesen Speicher, an diesen Pumpspeichersee, bei dem wir einfach die Tiefe vernachlässigen konnten, weil wir uns eh immer nur für diese Variationen an der Oberfläche interessiert haben und niemand wirklich wissen musste, wie tief ist denn das Ding? Vorausgesetzt, dass er nicht unendlich tief war. Also, hier ist noch alles ganz elegant, hier vorne wird es noch viel schlimmer als diese fehlende Linearisierungsmöglichkeit hier hinten. Hier vorne, die Gravitation ist nicht renormierbar. Wenn wir es geschafft haben, die Unendlichkeiten hier in die Konstanten hinein zu zwängen, genau das haben wir ja gemacht. Wir haben die Unendlichkeiten entweder ins Vakuum gezwängt oder in die Elementarladung hinein oder in messbare Daten. In Größen, die wir als absolut dann angenommen haben, so ähnlich wie der Nullpunkt dieser Oberfläche an dem Speichersee in Form des Vakuums und uns nur noch über diese Variationen unterhalten haben, das war ja der Schlüssel zum Erfolg. Nicht mehr das Ganze, was hier drunter liegt, mit in die Berechnungen hineinzuschleifen. Vakuum-Polarisation, all das haben wir ja im Detail gemacht. All das lassen wir weg, indem wir jetzt hier so tun, als wäre die Elementarladung so, wie wir sie hier eben messen und behalten nur im Hinterkopf, dass ja in Wirklichkeit sie abgeschirmt wird durch ganz viele Quantenfluktuationen, durch Paare, die zwischen dem Messgerät und der Ladung tatsächlich ja noch stattfinden können. Hier vorne, da sind wir nicht mal mehr renommierbar. Also hier ist, da fällt das Kind gewissermaßen in den Brunnen. Das führt eben in aller Regel, also wenn Sie eine allgemeingültige Beschreibung suchen eines Problems, dann fallen Sie hier und da auf die Nase. Das heißt, für immer wenn es gelingt, spezifische Fragen zu stellen, die besondere Symmetrien aufweisen, die sich besonders elegant formulieren lassen, die ganz einfache Terme enthalten, schwache Felder haben und solche Geschichten, die Sie dann doch irgendwie linearisiert und normiert und sonst was hinkriegen, weil Sie dürfen irgendwann zwischendrin mal so tun, dass Sie, ja, die sind so schwach, die behandeln wir in dieser Art und Weise ein bisschen schlampig, dann kommen Sie da schon durch. Doch, aber in voller Allgemeinheit, nein. Wenn wir vieles hier weggelassen haben und haben uns Kernbereiche angesehen, ich erinnere an die überwältigende Übereinstimmung, die wir hier mal hatten bei dem anormalen magnetischen Moment des Elektrons zum Beispiel. Wahnsinn! Das ist mit diesen unvorstellbaren zwölf Stellen Genauigkeit. Nur, wir sind an einem Punkt angelangt und das ist jetzt für alle, die jetzt dieses Doppelschleudersymbol nicht mitmachen wollten. Hier können wir wieder zusammenkommen. Der Lohn für all diese Mühe, der besteht dann darin, dass Sie ein paar Teilchen beschreiben können, wie Sie sich in so einem Hindernisparcours auszugegebenermaßen all den vier Grundkräften, die wir kennen, zusammengesetzt verhalten werden. Da sind wir meilenweit entfernt davon, so ein Vielteilchensystem zu beschreiben, beispielsweise so eine Orange. Wie wird die sich verhalten in so einem Parcours? Oder gar ein Mensch? Also die Weltformel, die gestattet es uns nicht, die Welt zu berechnen oder vorherzusagen, nicht mal das Wetter von morgen oder die Lottozahlen. Insofern ist es vielleicht nicht das, was Sie sich erhofft haben von der Weltformel. Aber trotzdem ändert sie unsere Herangehensweise insofern, dass wir nicht mehr auf der Suche sind nach dieser Beschreibungsform, sondern mehr danach, wie wir diese Form jetzt in konkrete Dinge umsetzen können. Wie wir diese Renommierungen hinkriegen, wie wir das modellieren müssen, um am Ende brauchbare Resultate damit zu erzielen. Wir haben also eine neue Situation. In der gesamten Geschichte, die wir bisher erzählt haben, diesen Meilensteinen von Aristoteles begonnen, über viele, viele Charaktere hinweg, da galt es stets für ein beobachtetes Phänomen eine Beschreibung zu finden, idealerweise eine mathematische Formulierung des Problems. Dann hat man Experimente aufgebaut, diese mathematische Formulierung angepasst, und diese empirischen Daten eine Theorie entwickelt, ganz allmählich, zur Beschreibung dieses Phänomens. Und jetzt sind wir in einer völlig neuen Situation. Jetzt haben wir schon die Beschreibung. Sie steht ja hier an der Tafel. Wir suchen nicht mehr nach der Beschreibung. Wir suchen nach der Möglichkeit, diese Beschreibung jetzt tatsächlich umzumünzen in konkrete Erkenntnisse, die wir dann mit der Realität abgleichen können. Ich weiß, viele dieser Terme, die wir angeschrieben haben, die sind verwirrend erst mal. Ich habe sie ja gar nicht im Detail erklärt. Klar, diese ganzen ein Psi-Dach beispielsweise, dieser horizontale Balken, der steht einfach nur dafür, dass sie etwas konjugiert Komplexes haben, weil sie es irgendwie verwurschteln mit dem Psi. Und ob schon laufend komplexe Werte hier einfließen, muss am Ende natürlich was Reales rausschauen, wenn es darum geht, eine Wirkung auszurechnen. Also da ist ganz viel einfach nur, wie soll ich es nennen, raffinierte Mathematik die zu dieser sehr sehr kompakten Darstellung führt. Das heißt nicht, dass es eine elegante Beschreibung dieser Grundlagen wäre. Die Grundlagen sind genau die, die wir in diesen Videos zur Quantenfeldtheorie mittlerweile alle erarbeitet haben, zum Standardmodell. Jetzt wollen sie hier natürlich eleganterweise ganz viele dieser Teilchen in einer Form hier durchschleifen durch die Formel und dann kommt es zu diesen Indizierungen und dann haben sie laufend so eine Extra-Wurst im Standardmodell. Die haben wir alles kennengelernt, diese Kabibu-Kobayashi-Maskawa-Matrix. Dann haben sie immer dieses manche Quarks werden zu manchen, aber nicht zu bestimmten anderen und dann immer mit diesen Wahrscheinlichkeiten jeweils. Dann gibt es diese Neutrinos mit diesen Masseneigenzuständen, die sich da überlagern, auch wieder mit entsprechenden Einträgen. Immer kriegen sie so ein Tableau, wo sie wissen, aha, mit dieser Zeile, mit dieser Spalte, mit dieser Wahrscheinlichkeit und diese Zeile, mit dieser Spalte, mit jener Wahrscheinlichkeit und das bläht den ganzen Formalismus gewaltig auf. Aber da ist nichts an Verständnis dahinter. Das ist nur der Versuch, all dieses, was wir da zusammengetragen haben, möglichst elegant auf einer kleinen Tafel hinzuschreiben. Deshalb wollte ich jetzt nicht zu jedem einzelnen Symbol hier nochmal ein eigenes Video machen, das bläht das Ganze unnötig auf und am Ende stehe ich da und sage Ihnen, ja, jetzt haben wir uns 20 Videos zu der Sache angeschaut und die Kernbotschaft ist jetzt folgende, wir können es nicht ausrechnen, weil es ist nicht perturbativ, also wir können keine Störungstheorie anwenden, wegen dieser großen Kopplungskonstanten beispielsweise und insbesondere die Renormierung macht einfach hier große Probleme. Manche Konstanten, da konnten wir schön die Unendlichkeiten reindrücken, die Gravitation weigert sich da statthaft, in die Gravitationskonstante können Sie da auch nichts hineinrenormieren. Deshalb wollte ich das hier kurz halten. Ich habe es Ihnen mal gezeigt, die Formel und viel wichtiger, entscheidend für das Gesamtverständnis ist nämlich jetzt die Überlegung, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wir sie berechnen. Also wir müssen jetzt die Unendlichkeiten vor die Türe setzen, die wir uns reingeholt haben. Das heißt also, wir müssen irgendwo abschneiden. Dieser See, dieser Speichersee braucht einen Boden, den müssen wir einziehen. Wir müssen gewährleisten, dass er nicht gewährleisten, dass die Vakuumenergie nicht unendlich ist. Wir müssen all diese Dinge mit einem Boden versehen. Und das ist die große Krux, weil wir haben immer diese Kraftbeziehungen, Gravitationskraft mit dem Abstand im Quadrat. Also irgendwas geht mit 1 durch R Quadrat. Ja, das wirkt jetzt unscheinbar, weil wir es immer mit endlichen Ausdehnungen zu tun haben. Und klar, wenn irgendwie zwei Teile sich voneinander entfernen, dann sinkt der Einfluss der Gravitation mit dem Quadrat des Abstandes. Kein Problem. Nur wenn sie sich näher kommen, steigt er quadratisch. Und wir nehmen sie als punktförmige Teilchen an. Da haben sie keine Mindestentfernung. Das ist das große Problem dieser Beschreibung im Standardmodell. Deshalb kommen wir ja laufend auf irgendwelche Singularitäten. Deshalb fliegen uns ja hier laufend die Unendlichkeiten um die Ohren. Wenn sie beliebig nah aneinander kommen, wird die Kraft beliebig groß, damit auch die Energie beliebig groß. Und diese beliebig großen Energien führen dann irgendwann dazu, dass sie in dieser Kleinstheit einen Schwarzschildradius erhalten. Dass sie den Ereignishorizont ausstülpen. Die Quantenmechanik mit ihrer Quantisierung lehrt uns, je genauer wir hinschauen, je größer die Kleinheit, also je größer die Kleinheit, je feiner wir hinschauen, je feiner wir die Dinge betrachten, umso größer ist die Unschärfe im Impuls. Und dieser Impuls steht wiederum für eine Energie und diese Energie macht wieder diesen Ärger. Das ist immer dieselbe Überlegung. Wir müssen abschneiden. Nehmen wir also natürlicherweise mal diese Kante, an der die Quantenmechanik, weil wir so genau hinscheinen, den Ereignishorizont ausstülpt. Das wäre eine natürliche Kante, die Plancklänge. Das lässt sich ganz einfach berechnen. Man indiziert diese Länge mit einem P. Der lieber Herr Planck hat das als erster gemacht. dann stellt sich heraus, das gibt einfach nur eine Wurzel. Da haben sie h quer und g und das Ganze durch c hoch 3. Und das wiederum das gibt etwa 1,6 mal c noch minus 35 Meter. Sehr sehr kleine Zahl. Ja, da könnten wir abschneiden. Da sind wir 20 Größenordnungen unter Proton. Hört sich gut an. Wäre die Plancklänge. Könnten wir halbwegs verargumentieren, ja, das ist die Kante zwischen Quantenmechanik und Relativitätstheorie. Eine wirklich tolle Erklärung, Begründung ist es nicht, aber okay, irgendwo müssen wir ein Argument aus dem Kreuz leiern. Wenn Sie sich überlegen, wie lange dauert es, bis Sie diese Länge durchflogen haben, also dann nehmen Sie die Maximalgeschwindigkeit, das ist natürlich die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, dann kommen Sie zu einer Planckzeit und dann haben Sie jetzt einfach nur diese Plancklänge durch Lichtgeschwindigkeit und die Lichtgeschwindigkeit hier unter der Wurzel geht dann zum Quadrat, dann haben Sie also h quer g durch c hoch 5 und dann kriegen Sie in der Größenordnung 5,4 mal 10 hoch minus 44 Sekunden also schlampigerweise sagt man immer so 10 hoch minus 43 Sekunden Das Problem ist aber jetzt folgendes Sie können auf diese Art und Weise diese ganzen Planck Einheiten rechnen die Planck Energie mit 10 hoch 32 Kelvin Sie können aber auch eine Planck Masse rechnen und die Planck Masse da kriegen Sie dann ein h quer c durch g und da haben Sie dann kriegen Sie ungefähr 2 mal 10 hoch minus 8 Kilogramm minus 8 Kilogramm Das ist eine riesige Zahl Hier sind Sie ganz weit unten in der Welt des Allerkleinsten unter diesen ganzen Elementarteilchen Diese Masse die ist um viele Größenordnungen oberhalb dieser ganzen Massen von Elementarteilchen Das kann es nicht sein damit kriegen wir die Beschreibung nicht hin Wir brauchen was Besseres Und das wird uns beschäftigen Das wird die Kernfrage sein Wie modellieren wir jetzt diese Welt sodass wir sie tatsächlich erschöpfend beschreiben können Wo ziehen wir den Boden ein Und da gibt es einen Ansatz Das ist die Loop Quantum Gravity also die Schleifen Quantengravitation das müssen wir uns genauer anschauen die werden hergehen und werden die Raum Zeit in eine kleinste Körnung packen die kleinste Bausteine von Raum und Zeit postulieren dann gibt es unterhalb nichts dann haben sie so eine kleinste Zusammensetzung ist gar kein unnatürlicher Ansatz aus meiner Sicht alles andere ist ja auch quantisiert in dieser Welt oder vieles wieso sollte nicht Raum und Zeit quantisiert sein die andere Möglichkeit wird darin bestehen zu sagen nein wir lassen den Raum in einem Kontinuum aber wir nehmen die Elementarteilchen als dimensionsbehaftet als ausgedehnte Größen nicht als punktförmige Teilchen da müssen wir uns aber jetzt schlau was überlegen dass wir hier nicht in diese Geschichte rein tappen da das heißt wir brauchen eine Energie also nimmt man so einen String und der String hat eine Spannung und da kriegen wir dann Massen und Energien definiert und solche Geschehen das das werden mit einem eigenen Beitrag zur String Theorie machen größten Insel Griechen Griechenland aus Kreta wenn er Eines ist offensichtlich jetzt tauchen wir mitten rein in die richtig üblen Geschichten jetzt wird's richtig wild Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal